Kommt und hört die Stimme der Burg. In den langen Winternächten wird unsere Burg zum Leben erwachen, die Stimme erheben, zu uns sprechen, erzählen aus den Jahrhunderten, erzählen von all den Dingen, die anders geworden sind. Sie wird uns berühren, uns bewegen, uns den Schwung und die Motivation fürs neue Jahr verleihen. Kommt, seht, hört, staunt.